Guten Tag, ich heiße Kaliopo Fotiaro und ich arbeite für die Firma Tencent International in der Anwendungstechnik. Ich möchte Sie hiermit zu unserem ersten Webinar einladen. Das Thema dieses Webinars wird das Gründungssystem Tencatec Stratum sein. Ich zeige Ihnen, wie das Tencatec Stratum gebaut werden kann und in welchen Bereichen es Anwendung findet. Danach schauen wir zusammen, wie es eine Wirkungsweise ist und einige Fallbeispiele aus Deutschland. Danach folgen zusammengefasst einige Vorteile für dieses System. Am Ende des Vortrages können Fragen von Ihnen beantwortet werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie in diesem Webinar teilnehmen würden.